Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider hier auf dem Kanal mit mir, dem Yabo. Und ich sehe gerade, wir können mit F1 uns heilen, um 50 Erfahrungspunkte zu holen. Ich würde sagen, ich laufe gleich mal weiter hier. Ich schätze mal hier. So. Ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Lange nicht mehr gespielt. Wir schauen mal, nicht? So. Alles klar hier soweit? Perfekt. So, hier oben geht's hin. Das wollte ich auch gerade sagen. Oh, warte. Was kann ich mitnehmen hier? So. Kann ich noch was nehmen? Irgendwo? Hier vorne. Guck, hier vorne. So. Keine komischen Fische hier. Wieso glaube ich das nicht? So, Zitterahle. Kennt doch jeder. So. Jetzt kann ich mit Sicherheit so. Jetzt. Jump. Jump and run. Ne? Oder wie ging das? So, hier vorne liegt doch ordentlich was. Das ist sehr schön. Stoff. Stoff, Stoff, Stoff. Was haben wir hier? Was soll ich dann hier an? Okay. Jacks Tagebuch aus dem Park und das sein. Eine Seite, da steht's. Okay. Ich lese immer nicht genau. Und das hat so seine Nachteile. Nicht? So. Was ist hier? Äh, warte. Eigentlich nicht hier drinnen. Ne. Ist wohl weggelaufen. So, da kann ich hoch. Aber vorher würde ich noch ganz gerne hier drüben. Was ist das hier? Nein, lauf doch nicht weg. Mistkäfer ist das, glaube ich, ne? Kann ich aber nicht mitnehmen. Den Fall kann ich auch nicht mitnehmen. Äh, okay. Kann ich hier hoch? Ja, guck. Wieso? Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang muss. Ich muss nach hier oben. Ah, ich glaube, ich habe eine Abkürzung genommen, ne? Weil ich glaube, man kann auch... Ja, da drüben sind nur Vögel, die ich theoretisch noch erwähne. Verlegen könnte. Brauche ich aber nicht. Deswegen... habe ich eine kleine Abkürzung genommen. Auch nicht schlimm. Hoffe ich mal. Ja, dort kann ich auch noch nehmen. So. Ach, der hat sie gerade. Es gab ja im Übrigen ein Update, wie ich in der News gelesen habe. Zwei Stück, glaube ich, mittlerweile schon. Auf jeden Fall eins, so viel weiß ich. So, hier vorne muss ich auf den Baumstamm erstmal drauf. Oh, ich schätze mal so. Oh. Ich dachte, das soll nicht so, aber anscheinend dann doch. Da ist nichts mehr. Dann geht es hier mal weiter. Äh, hier. Eine Feder. Jonah, bist du da? Der hört nichts. Und schaff. Leg dich ruhig hin, Mädchen. Wehe, das ist. Okay. Ich dachte, du wärst tot. Hey. Weißt du, was mit Miguel ist? Er hat es nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal hier. Oh, hey. Was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Äh. Ich hatte schon mal was ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Sicher, Albo, oder? Würde ich mal drauf tippen. Wenn wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, äh. Ich... Hey. Ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden, und wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli? Mein Cousin hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Der ist platt. Danke. Schön mit Panzer-Type jetzt. Arm zu kleben. Wir sollten gehen. Wenn wir Kovac Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Okay. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja. Miguel war wohl dorthin unterwegs. Armer Kerl. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte rausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Noch was? Außer das Feuer, was wir nicht ankriegen. Nö. Dann können wir ja weiter. Glaubst du denn, das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Ah. Nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Nacht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Ähm. Eigentlich war es meine Idee, da durchzugehen, aber ey. So. Siehst du das? Das muss Kubak Yaku sein. Wir müssen da runter. Dann machen wir das doch mal, das Ruckelbüß. Ich habe übrigens eine Vermutung, wo das dran liegen könnte. Ich nehme mich mal kurz mit in die Optionen hier und dann können wir hier nämlich... Warte, warte, warte. Ähm. Äh. Vorsink mal ausmachen. Aus. Übernehmen. Äh. Ja. So, guck. Du ruckelt es jetzt vielleicht. Doch, das ruckelt. Ich sehe es hier rechts im Aufnahmefenster. Da werden die FPS nämlich immer angezeigt. Und da geht es gerade nicht. So wie ich sehe. Deswegen mache ich es einfach mal wieder an. Kann es da an der schon mal nicht liegen. Schätze ich mal. So. Auf jeden Fall. Da habt ihr mal die Grafikeinstellung gesehen. Einfach alles hochgedreht auf Full HD. Natürlich mit 60 Bildern. Für euch natürlich in 4K. So. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los. Bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Ist das so. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Oh. Pass auf. Irgendwas passiert jetzt. Ja. Ich bin runtergefallen. Sonst alles gut. So. Höh. Alter. Was macht der? Ja. KI ist noch nicht so richtig ausgereift in manchen Spielen. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Hydraulik. So. Die Brücke ist unten. Hier. Gucken wir. Können wir sie mit dem Gegengesicht anheben? Vielleicht. Äh. Achso. Hm. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas über... Ich auch. Äh. Was labern hier andern durcheinander? Ich höre hoch. Ja. Guck. Es findet sich immer was Schönes. Schale mit Pulver. Was ist das denn? Zinnober wurde im Altertum zur Herstellung helloranger Farbtöne für Keramiken, Wandbilder, Tätowierungen oder religiöse Zeremonien genutzt. Äh. Schließen. So. Sonst ist da drüben noch was. Das kann... Oder? Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Ich mach einfach mal alles, was geht, ne? Ich kann ja nicht schaden. Kann ich jetzt vielleicht hier... Gucken. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie... Kreolisch. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in Seltennis verbringe. Einmal kurz heimlich gewusstet. Und weiter geht's. Hat's dir nicht gefallen? Naja. Wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. So. Was hier wird denn hier noch schönes? Lama-Figur. Alles klar. So. Ähm. Oh. Jetzt vielleicht. Ah, guck. Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja. Es geht mir auch schon viel besser. So. Ich hab keine Ahnung. Wir müssen mit Sicherheit die Brücke hier runterlassen, um darüber zu gehen. Und ich hab jetzt doch noch ne Vermutung. Aber guck, hier können wir was raus holen. Alles mitnehmen, was geht. Das ist immer sehr wichtig bei solchen Spielen. Jetzt schätze ich nämlich mal, können wir... Guck. Ähm. Ne. Dann vielleicht doch... Hier. Irgendwie. Das Ding schieben, find's ich halt hier, oder? Guck. So. Heute noch. Nichts. Okay. Lassen wir's los. Langsam. Jo. Viel Spaß. Aber schön, Leute bei der Arbeit zu sehen. Das immer. Was schön ist. So. Ähm. Was ich nochmal probieren möchte, ist... Vielleicht... Ähm. Ähm. Warte mal. Das Teil war doch auch hier irgendwie, ne? Warte mal. Dann geh ich mal hier hin. Warte ist hier. Nichts. Nichts. Gar nichts. Probier ich's von hier mal. Warte. Schade. Und das von hier. Die Pfeile gehen ja nicht verloren. Auch nichts. Warte. Hier wird dann nur noch... In Fluss müssen wir mit Sicherheit. Nichts. So viel sicher. Irgendwo noch was. Das Wasser muss fließen. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Wir müssen hier nach vorne machen. Wir müssen hier nach vorne machen. Dann geht das Ding hier runter mit dir halt, ne? Ja. So. So. Jetzt könnte theoretisch das Wasser von oben links da so rein und dann hier runter. Das heißt, da oben muss irgendwie Wasser rein. Und hier geht's auch hoch. Das habe ich ja früh gemerkt. So. Ähm. Irgendwie... 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 Äh. Äh. Wie... Ah. Ich wollte gerade fragen, wie genau, aber... Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Äh. Was war das denn? Ein komischer Fall. So, komm ran hier. Das Wasser ist gleich alle. Oder ist das... Ne, eine Quelle ist das mit Sicherheit nicht. So. So. Wie soll ich das jetzt hier so machen? Das Wasser hat für den Eimer. Gut. Mal sehen, was die Gegengewichte machen. Ach. Der Eimer lebt. Komm zurück. Wir versuchen's nochmal. Ich wollte gerade kommen. Ha. Ich wollte gerade kommen. Hab damit verstanden. Ha. Ja. Ich kann es kaum noch halten. Halt einmal weiter fest. Ich muss es gleich loslassen. Mhm. Schnell. Ich kann es kaum noch halten. Was muss ich denn machen? So, warte. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Einmal machen wir noch. Komm her hier. So. Einmal hier so rüber. Perfekt. So. Ich bin weg. Und jetzt vielleicht. Ah. Doch. Warte. Ich hab ne Idee. Ganz schnell hier runter. Ganz schnell hier runter. Guck dir das an. Oh. Und ganz schnell weiter. Bevor das Ding hier zusammenbricht. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Was ist das denn? Was ist das? Das ist eine Art von Stehle, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. F4. Okay. Auge des Adlers. Drücken Sie F4, um eine Wahrnehmung Kräut... Wahrnehmung Kräutermischung zu nutzen. Ist das ein grammatischer Fehler? Wahrnehmung ermöglicht es, Lara Tiere und natürliche Ressourcen in der Umgebung zu spüren. F4. F4. Äh. Achso. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Mhm. Äh. Ich weiß, warum es ruckelt. Der Desktop-Fenstermanager regt mich grad auf. Mehr bräuchte ich, glaube ich, nicht sagen. Ähm. Wieso kann ich nicht? Jetzt gar nicht. Lecker. Schmecker. Erwähnt dein Dad in den Notizbüchern Peru? Nein. Es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren, oder? Oh ja. Keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Noch was? Nein. Ein Durchgang. Vielversprechend. Schmeine. Wie ging das Rätsel gleich nochmal? Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Was ist das denn?